so gut ordentlich vollen anzahl schon. wie war eigentlich das ap heute? ganz chillig eigentlich heute mittag nachmittag so gegen wissen und halt zum abend gegenüber mit tiger warst du heute auf arg? ne ganz ehrlich ne warum? kann wenn der server läuft 24 7 oder? von arg ja du könntest vormittags drauf, du könntest nachmittags, du könntest mittags drauf jetzt stellt sich die frage warum gehst du da nicht drauf? hast du angst tote tiere vorzufinden? die werde ich so oder so vor mir finden wahrscheinlich ne tiger ihre tiere sind heute gestorben hä? da war ein kanu auf der insel ok und der kanu hat die plattgemacht aber die kommt ja auch nicht mehr drauf also von daher musst du auch damit rechnen weil kanus werden ja angezogen also sie hat sich auf jeden fall beschwert dass im game mode gebaut wird. wie im game mode? sie haben das rathaus und den hafen weiß ich jetzt nicht aber das rathaus im game mode habe ich gesehen. das hättest du aufnehmen müssen und dann öffentlich machen. tja ich sag ja es gibt leute die können nicht ordentlich und fair spielen also darüber haben wir halt auch heute im vc geredet. naja und ende vom lied ist ihr seid normale spieler ihr werdet das was ihr sagt ist denen scheißegal. also ich weiß nicht wer hat denn das gebaut im sonja? im sonja. das hätte ich von sonja jetzt nicht gedacht. also auf jeden fall habe ich gesehen dass sie rum geflogen ist und dann hat sie so also wenn man wenn wirklich jemand vorbeigelaufen ist und sie das gesehen hat ist sie halt runter. wow also das hätt ich von sonja jetzt nicht erwartet ja naja. gut. muss jeder für sich selber wissen. hm. ich werde dazu nichts sagen sonst ich bin ja sowieso der böse. ja aber trotzdem also da gibt es ja bestimmt Berufe und da wird es bestimmt jemanden geben, der sich den Bauberuf ausgewählt hat tatsächlich noch gar nicht dann müssten sie vielleicht mal damit anfangen es gibt eigentlich schon so gut wie alles, halt kein Baumeister tja dann müssen sie sich in suchen mhm aber dass in einem RP Projekt im Game Mode gebaut wird nee, das wird ja nicht mal auf Steampunk passieren wir haben auch gesagt, anstatt dass sie mit ihren Materialien arbeiten, was eigentlich im RP auch Sinn der Sache ist dass sie sie von Null auf hochbauen hat Tiger gesagt also das ich weiß gar nicht was ich dazu sagen soll also bei Sonja verwundert mich das wirklich jetzt ist die Frage wer spielt noch alles falsch da drin im RP du hast mir gestern da was erzählt das will ich jetzt hier nicht breit drehen sonst bist du auch der Böse aber dass selbst das ausgenutzt wird das ist unter aller Sau das ist ja jeder wie er will ja aber dass es die Leute da mit RP schrotten kaputt machen und sich dann auch hinstellen ich hab nie was geschrottet oder kaputt gemacht das ist dann Würde und Eierlos würde ich doch einfach mal sagen du kannst dich in meinen Folgen ruhig auslassen dir blüht hier keine Strafe du musst ja keine Namen nennen endlich mal wieder Redstone jetzt brauche ich Glas hast du Glas? ne scheiße da muss ich erst brennen da muss ich das halt erst brennen es brennt gleich ein bisschen mehr sicher ist sicher das und das ich hab noch Baumier ich hab hier zwei, vier, fünf Stacks Bone Blöcken ja und das nur aus den Thieves und der Mob Farm da wirst du Bescheid ja so ich freu mich auf Steampunk gestern sind drei neue Mods dazu gekommen ich muss mir noch was einfallen lassen für die die halt kein Mikrofon haben oder nicht reden dürfen oder mit denen Mumble allgemein nicht läuft ja gut da geht es ja halt immer noch ja Schilder Schilder, Bücher ich hab halt mal geguckt nach einem Chat-Bubbles-Mod aber der läuft über Lightloader und das wird bei mir nicht als ähm Mod-Ordner angesehen äh ja gefunden das ist scheiße ich glaub Bücher und Schilder ist jetzt nicht äh die beste Option so wirklich ne also dann wär doch schon so ein Chat-Bubbles-Mod eigentlich ideal ist aber alles nicht so einfach ich brauch noch mehr Silikon ich muss da mal ein bisschen was verändern an der Maschine äh Kisten, Kisten, Kisten ich hab keine Kisten mehr Sauerei ich hau dir eine rein jetzt steht da wirklich ich und mein Holz ja ha 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 man ja für mein was was du hast grad irgendwas für mein ne ich hab Jo gemacht ne egal Melvin alles okay bei dir? ja es ist alles okay oder stört dich irgendwas? nein bist du dir ganz sicher? ja hundertprozentig ja das klang nicht überzeugend doch ne doch ne mir geht's bestens erzähl hat Papa dich geschlagen? nein hat Mama dir gesagt sie will dich nicht mehr? nein hat Sarah dir einge... genau nein was ist das für eine feige Sau? die kann ruhig mal den Mund benutzen das kannst du doch nicht jetzt hier ach was soll's äh Melvin? ja dann klau kann ich das ich bin Eik stimmt da ist mir der Status gerade scheißegal aber ich kann's halt trotzdem sagen wow naja ich nehm halt kein Blatt von dem Mund warum sollte ich auch? ich bin erwachsen hättest du eh nicht gemacht genau ja produzier Silikon Arschloch oh äh naja dat kommt da rein dat kommt da rein ich kann die ersten 1k äh ich stell grad oben ernsthaft das falsche Glasteil oder? ne gut das brauch ich das muss dann in den Eloise welter äh ich dachte schon Minecraft Musik mir geht's besser nicht ah ich weiß das das mach ich jetzt äh okay redstone und holz das hab ich alles im Inventar das von Tarok steht noch da ne äh von Tarok steht noch alles da auch was wir hingesetzt haben gut dann gucken wir mal kurz das Schiff an mach das dat fliegende Luftschiff ja hm ist halt nur ein kleines Schiff aber das reicht ja halt erstmal aus für hier au 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 haha haha vor allem man könnte auch denken ich wäre am Game und so wie ich hier rumflatter ja level mhm sag mal hell ne machst du nicht machst du nicht mach's mach ich was mach ich was haha 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 sage niemals ich würde etwas nicht machen da mach ich erst recht ja ich ich du weißt ich bin ein gefährlicher Dude bei mir spielt man mit dem Feuer und sein im Leben ja das auf jeden Fall was Finger weg Finger weg ähm dann benutzt du den Penis was nein na wenn du nicht den Finger weg dann benutzt du den Penis also nein ich habe sowas nicht gemeint oder du stellst ein Schild dazu lieber Penis benutzen das mache ich das mache ich Finger weg ne ne das mach jetzt du musst doch keine Angst haben die wissen noch nie von wem das ist und bis die Folge rauskommt ist das Projekt eh vorbei ja das stimmt ähm ich brauche rotes Holz ich habe das nämlich nicht das wollte ein Crow Crystal ok ähm rotes Holz 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 die haben keine Ordnung äh 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 was ist das unter meinem Gott bin ich müde äh so jetzt frage ich mich was das ist redest du von einem Sound Muffler? ja lass den einfach mal stehen warum das ist kein schlimmer Block das hört man ja schon am Namen das ist jetzt keine automatische Killmaschine oder so ne ne aber davon bekomme ich halt keine Sounds genau ich weiß jetzt nicht ich glaube die Minecraft Musik müsste dadurch auch ausfallen wenn du mich nicht alles täuscht warte ach so der Macke Katze geh woanders hin durchdrehen kackvieh hab ich schon mal gesagt hast du die Katze von meiner Ex hasst? mhm mhm so ist es abgrundtief ja die macht grad irgendeinen Scheiß neben mir die versucht auch jedes mal in die Terrarien reinzukommen ja und dann ist du selbst schuld weil die behindert ist hm hast du schon mal ne behinderte Katze gesehen? ne ja das wird es fies wenn ich sagen guck deine an Ich bin ein guter Dinger Na morgen geht es wegen meiner Wohnung Ich habe die ersten 10 1K storage Ich habe Warum habe ich nur eine 4K storage Warte mal, hä? Freude? Oh ich brauche die Basic Prozessoren schon wieder. Wie stelle ich denn die schon wieder her? Print Silikon Redstone Unprinted Basic Dingsbums. Das habe ich, das habe ich alles, das kann ich herstellen. Cool, ich kann bald mein ME nutzen. Das ist schön, das ist schön. Ja! Attacke! Kopfspeider! Ja! Ey! Hier, meine Steinachs. Guck mal, ich habe davon noch ein Schwert. Nein! Wobei die Axt mehr Schaden macht. Ich muss halt jetzt ernsthaft warten, bis hier mein Zeug durchgeschmolzen ist und unten produziert. Und ja. Ey. So, ich wollte den Atomic Reconstruct. Iron Chasing. Boah, stell dir vor. Meine Schmelze ist fertig, wird durchlaufen. Woher bekomme ich schwarzes Quarz her? Äh, sieben. Aus, aus Dust. Aber ich kann dir gerne was vorbeibringen. Wenn du das möchtest. Mh, ja. Baust du das Pulver davon oder das Crushed Quarz? Äh, einfach. Einfach dieses, äh, Black Quarz halt. Gut, mal gucken. Ja. Warte, äh, oder komm du mal bitte mit einem leeren Inventar her. Mit einem leeren Inventar? Ja. Bitte tu das. Dddddddddddddddddddddddddddddddsdddddddddd. ScháiensINT Super Held. Au. Hier oben das ganze Crushed Black Quarz. Kannst du dir bitte rausnehmen? Na, pass mal auf. Warum machst du das vorher? Ey, ernsthaft? Oh, lieber. Okay. So, hier das ganze Crushed Black Quartz kannst du dir bitte einmal rausnehmen. Das war alles. Alles. Mitkommen. Ja. Und bitte einmal hier oben in das Barrel-Ding reingucken und dort auch noch dein Inventar damit füllen. Genau, und das tust du ganz normal im Ofen rein und hast Black Quartz. Kann ich leider nicht alles mitnehmen. Du sollst doch nur dein Inventar damit befüllen. Hab ich. Gut, und dann kannst du wieder abhauen. Gold. Richtig ordentlich. War auf einen Kaffee eingeladen. Gold. Kaffee gibt's nicht. Ich hab nicht mal Kaffeebohnen angepflanzt. Wow. Toll und bei mir eugnet's. Auf der Insel. Ja. Du hast Luxus dort. Alter. Ich hab das aus einer Dings rausbekommen. Aus einer Lutbeutel Dings. Genau. Du weißt schon was ich sage. Ja. Irgendwie so. Irgendwie in der Art. So Silikon dahin. Das ist die 1K. Das ist die 4K. Die 16K kann ich noch nicht machen. Die kommen aber gleich. Achso. Da kann ich ja wieder Glas reinhauen. Das kann ich ja mal rausholen. Hä? Was ist mit der Maschine los? Was? Sie hat Probleme. So wenig Silikon du's bekommen? Was soll denn die Scheiße hier? Boah. Ja? Hä? Was? Was? Na du hast grad Boah gemacht. Boah. Ja weil ich jetzt so viel Crush Quartz Black Quartz hab. Glaub mir. Wenn ich meine Maschine wieder anhaue geht's bei mir auch weiter. Ja. Haha. Das ist mir schon. Oh. 20 Minuten geht die Folge schon. Bööööööö.